was geht heute und willkommen zu einer neuen folge let's play master das ist diesmal drama sing ja ich bin mit mit der nikki mit der nikki richtig und wir spielen jetzt master gott ich komme immer mit meinem master hier drama sing jetzt noch mal ja richtig also es wird gemalt und die anderen müssen raten was da gemalt wird jetzt kommen die pika das fängt direkt schon an dort haben wir fängt 1 und 16 der fängt an wahrscheinlich ich und okay war es mal der ist jetzt was ich weiß genau ich habe nichts gehabt ich hab die ganze zeit was soll das sein kann das sein also ich weiß oder gibt es ja richtig mühe aber auch einer generatet aber sein was war das was mit g ganz ernsthaft ne ganz das ist doch so schlecht so schlecht gewesen aber ein alteraten zwei sogar ne einer der hat ja die punkte ähm jetzt kommt irgendwelche flagge äh green was soll das sein mit ohr menschen mit ohr menschen mit doppel o's what the fuck keine ahnung hä das ist doch was mal der jetzt PlayStation! Könnte er sein! Yellow? Pfff, keine Ahnung, was ist auf jeden Fall? Oh Gott, da kommen Sachen. Ernsthaft? Was denn? Das sind wahrscheinlich so richtige Zocker, die, keine Ahnung, alle schon auswendig kennen. Spaghetti. Habe ich noch einen Punkt geholt. Ah, letztes Mal hab ich da ja gut abgeräumt, also. Oh, jetzt darf ich malen. Oh, was malst du denn Feines? Da sag ich nichts. Hä? Ach so, ich sag, bewegen. Mit rechtsklick malst du. Hm. Ich hab drei Punkte ergattert. Ja, Mann! Okay, dann so muss man das machen, einfach, zack, fertig. Also, ich hab auf jeden Fall drei Punkte ergattert, das ist für den vorletzten. So, der muss malen irgendwas mit Buchstaben. Okay, irgendwas mit Buchstaben. Okay, irgendwas mit Buchstaben. Ach. Das wäre falsch. Ähm. Was kann das sein? Okay, mit S am Ende. Ich weiß es nicht. Ich hab's welche. Ich hab's welche. Boots. Aber, warte mal. Schuhe. Scheuhe. Schuhe. 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 Was soll das denn jetzt sein? Keine Ahnung. Den? Schuhe. 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 Was kann das sein? Schuhe. Schuhe. Oh Gott. Schuhe. 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 Ach, as ob. Komm schon. Schuhe. Was. Ach. Schuhe. wenn es ernsthaft war noch kein tennis hingeschrieben ganz ehrlich wie sollte sie so wie noch so wie noch immer alles wissen bevor da irgendwas da ist das ist schon ein bisschen komisch bei denen egal ich habe es war zwei punkte ich habe einen punkt also ich wollte sagen ich habe einen punkt verloren ich habe erst drei punkte ich bin letzte leute zwei buchstaben a was soll das denn sein ach igl was soll ein eagle sein oh nein ich darf ich darf meinen die buchstaben ein scheiß schild in der hand nein ernsthaft woher wusstest du das ich wusste ich habe einfach ich wusste nicht wieso ich habe im jahr cupcake erst gedacht dann habe ich gedacht okay das ist ein blödes wort erraten ich hätte auch punkte bekommen ich gerade so kriegst punkte wenn jemand er rät ah die buchstaben jetzt kommt schon wieder irgendwas bescheuertes also red kann es nicht sein außer mit doppelt e ich weiß es nicht ich habe schon wieder erraten wie was ein kleiner viecher ich habe das gar nicht gesehen dass du es reingeschrieben hast ja das wird nicht gezeigt wenn man erraten hat was man geschrieben hat damit die anderen auch nicht direkt das gleiche schreiben können ich hole auf ich bin jitter oder ne doch nicht dachte gerade mit c im ende ach komm ernsthaft wie kann man bei dem bisschen was was soll das sein was soll das jetzt sein ach nein ach pelican ey police police warte was soll ich hä wie langsonst zeichnen die barhau mein tornado ging gerade mal vielleicht vier sekunden das war schon fertig oh god also das ist jetzt richtig miese und dann halt ne das geht nicht ähm hat schon direkt erraten ne das sind primates die beiden guck mal die beiden haben genau gleich viele punkte was soll das sein ja die haben die spielen zusammen und verraten direkt was das ist hab ich doch hingeschrieben oh ich schreibe mit i pinguin oh ja ich darf meinen oh das ist wasser weil ich glaube die die beiden der ersten der zweite arbeiten auch zusammen deswegen finde ich das ist ungefähr nein nein all ich keine ahnung was es sein soll mit all aber schon richtig ich will nicht verlieren wie alligato ich will nicht verlieren wie alligato was soll das sein was soll das sein was soll das sein also das ist unfair was denn das 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 alle immer wissen äh ein oh ne ne komet komet who man ne was soll das sein ich weiß es nicht äh Scheiße, wie heißt das? Womit. Oh ne, doch, wusste ich nicht. Keine, was soll womit heißen? Ich weiß nicht, was denn womit ist. Ich auch nicht. Also man, eigentlich ist das auch nicht grad so pralle, ne? Ja, bei mir ist es etwas normal, aber auch nicht so das beste. A schonmal? Wo? Wo? Hobo. Erster. Ich hab aber einen Punkt ergattert. Was soll Hobo sein? Ich weiß es nicht. Du darfst noch meinen. Oh Gott, was soll das sein? Oh Gott. I don't know. Oh. Nee, das wird falsch. Ich meine da grad irgendwas. Einfach nur irgendwas? Äh, hat das nichts mit zu tun, was da ist? Das ist auf jeden Fall Tennis ist mal richtig. Aber es ist noch ein Wort dabei, aber ich weiß nicht, was Racket heißt. Was? Nee. Mit A. Shit. A. Was soll Racket heißen? Ich weiß es nicht. Äh, Schläger. War schon richtig. Ah, okay. Hab verloren. Ich bin ein Vorletzer. Aber der, äh, der haben zwei zusammengespielt, weil ich glaube nicht, dass da einfach so ein was so trägt, ohne was zu bauen, so ein langes Wort direkt geratenwert. Das geht nicht. Glaube ich nicht. Oder vielleicht hat er ja auch wirklich noch Glück. Wollen wir noch eine Runde machen? Noch. Ja, aber die Leute gehen ja alle raus. Irgendwie. Ja, dann lass mal auch rausgehen. Und vielleicht haben wir einen besseren Raum. Wäre besser. Oh, jetzt hängt das bei mir auch. Äh. Es sind so viele Leute hier. Oh. Dr. Thomas Fink. Da hat jemand einen gleichen Skin wie du. Kann gar nicht sein. Ne, ähnlich. Der, äh, die Person hat nur schwarze Jeans irgendwie so. So. Server 1 oder Server 8? Kann man sagen 7. 7, ja. 7. 6 von 8. Ich bin drin. Jetzt ist der. Ich bin drin. Ja! Wir sind drin. Juhu. Was ist das denn? Eine Karte. Eine Karte. Eine Karte. Eine Karte. Oh, jetzt ist eine Person wieder geläftet. Aber es geht in 20 Sekunden wieder los. Oh, also da. Sehe ich auch so aus wie die anderen hier, die, die ganze Kühe? Nein. Aber so könnte ich auch sehen. Ja. Aber du siehst so aus wie dieser Chelsea-er. Ey, der war aber auch einen süßen Skin hier. Ne. Das ist auch total süß. Ne. Finde ich nicht. Oh. Wieso kann ich mich nicht... So. Also ich dachte gerade, ich kann mich nicht bewegen. Was ist jetzt los? Oh, ich fange an direkt. Ernst? Soll ich sowas meinen? Sag's mir, dann weiß ich es. Ne, ich sag's nicht. Diese Saurier, alt ab. Stopp. Äh. L, R, als Seidbuchstabe. New. Keine Ahnung, was das sein soll. Was soll das sein? Woman. Schwanger oder sowas. Aha. Schon mal richtig. Schwanger ist schon mal richtig. Ja, aber... Auf Englisch. Ja, weiß ich nicht. Bracken. Das war doch schon gut. Ja, aber... Englisch. Richtig geil. Boah. Geht mir aus dem Weg. Ähm. Bist du da rein? Ist unten am stehen? Äh. Was kann das denn sein? Äh. Sag ich dir. 1, 2, 1, confused. Keine Ahnung, was das sein soll. Äh. Verwirrt. Auf Englisch. Ja, toll. Nöööö. Null Punkte. Es haben nur noch zwei was. Ah. Ah. Weg. Was kann das sein? Nein. Yes. Komm hin. Prost. Ich hab wenigstens noch einen Punkt ergattert. Ah. Wie geil. Okay. Wenn ich erraten hab, kann ich auch gerne verraten. Das ist in Ordnung, finde ich. Hauptsache, ich hab's zuerst. Ach du mal den Penis? Ach so. Ähm. Ganzhaft. Oh Gott. Kann man nicht mal vernünftig lassen. Lass mal den Penis. Nein, nicht wieder. Dass Leute wieder so'n Scheiße machen müssen. Also. Ernsthaft? Rainbow? Kann man nicht einen Scheiß Regenbogen malen? Also. Das sind kleine Kinder. Gibt es immer wieder. Ja. So. Mal schauen. Was jetzt. Fünf Buchstaben. Jetzt kommt noch ein Penis. Was ist denn? Nein. 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 So. Nein. Doch. Nichts. Komm schon. Was könnte sein? Ah. Yes. Lock. Lock. Soll ne Uhr sein. Ernsthaft. Das sah verbehindert aus. Das sah echt verbehindert aus. Was? Einer hat schon. Oh. Oh. Na. Soll es sein. Na ne Ahnung. 3 Buchstaben, Leute. What the fuck? Qu? K? He? He? Es ist nichts. So. Es ist nichts. Oh. hätte ich auch als nächstes einschreiben sollen so ist einfach das finde ich nicht raus was kommt jetzt weiß nicht wo das schreibt nee das ist kein fahrrad wie war es geschrieben motorbike motorbike das ist das ist easy was ich muss nächstes wort machen ich weiß nicht das eine war pencil ich weiß nicht was ist ernsthaft ich habe aber keine punkte bekommen für den pencil was ist das was soll das sein ich weiß es nicht das sieht so komisch aus ganz haften piano das ist auch so was ist es hat mich verschrieben davor bo aber ich habe auch zu sehen q dazugegeben bo wenigstens ein punkt der kartart ohne das ernsthaft dass du den laufrand schreit ich dachte ja mal gleich ein herz was ist das denn was ist das BAMP! Der Weg ist mir gerade noch ein Punkt ergattert! Bitteschön! Oh DEL! Also... What? Was soll das sein? BABY! Die reden bestimmt auch auf dem TFS, so wie wir und die Arschgeigen wissen das natürlich. Ja, die holen mich sonst nicht mehr auf. Was steht da? Hamster! Ach Hamster! Ich schreib mal am Stein! Oh Gott! Okay, das ist drin. Ich schreib's hin, weil ich nicht was das heißt. Okay. Okay. Yes. Draen! 21 Punkte habe ich, das ist aber so unfair. Ich bin erster! Juhu! Ja, ich bin leider... Vorletzte! Ja. Oh, sogar Feuerwerk hier oben. Also... Ne. Ich würde mal sagen raus. Ja. Draen My Think ist nicht so lustig wie Master Builders. Ne. Also... Wenn's euch nicht gefallen hat oder so, schreibt's in die Kommentare. Kann man gerne wiederholen, wenn ihr wollt. Ja, aber sonst... Muss nicht sein. Oder schlag mal was anderes drauf, was man machen kann. Also mach dein Bild, es kommt auf jeden Fall noch was. Ja. Weil das hat Spaß gemacht. Ja. Auf jeden Fall. Würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschaui! Haut rein! Tschüss! ! Tschüss. Tschüss! Tschüss!